Guten Morgen, liebe Wetziker. Gerne begrüßen wir uns heute wieder an unserem Wochenmarkt. Alle sind ganz gespannt gewesen, wann wir wieder öffnen dürfen. Wir freuen uns auf euren Besuch. Als Wirtschaftsforum Wetziken freut sich, dass wieder Leben ins Zentrum Oberwetziken kommt. Sie können ab heute wieder einkaufen auf den Wochenwert von lokalen Anbietern und nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Wir sind verraussen, es ist sicher und die lokalen Anbieter werden es Ihnen verdanken. Liebe Wetziker, Sie können unseren Wochenmarkt ohne Bedenken besuchen. Wir haben alle Sicherheitsvorschriften vom BAG eingehalten und freuen uns auf Ihren Besuch.